. 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 Sonst kannst du es gar nicht immer aufpicken. Manchmal sagt es einfach davon. Ist es auch weiter? Der Hell? Ja, er ist am Jagen. Ach, Jagen schaffst du aber nicht. Da gibt es noch mal eins. Was steht da der Beruf von dem? Ah, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ähm... Was schmeisse ich jetzt weg? Da hast du schon viele Steine gesammelt. Passt. Ich habe ein Gelett gefunden. Kann ich etwas damit machen? Nein, wenn du Glück hast, findest du dort irgendwelche Sachen. Ah, jetzt... Let's check trap. Hä? Was ist denn mit dem... Oh, ich weiss nicht, wo ich bin. Ich sehe... Schlecht. Siehst du das Portal auf der Karte? Ja. Ja. Dann gehst du mal richtig zu dem... Es ist jetzt so eine T-Kreuzung südlich vom Portal. Aber ich bin mega weit weg gesehen. Ja, dort bin ich. Ja, und dann ein wenig links. Ich komme jetzt mal wieder durch. Also ich bin jetzt beim Portal. Ah, dann gehst du mal ein bisschen südlich. Aber wieder gegen runter, oder? Also runter, ja. Dann hast du Karten dreist vielleicht. Nicht, oder? Also wenn ich vor ein paar Tasten stehe, links von mir ist mehr. Ja. Oh nein, das ist schon richtig. Höhe kreuzig. Du musst runter, ja. Abends wird es höhe kreuzig. Das ist schon gut. Das solltest du... Ja, das solltest du etwas vorwärts machen. Ich weiss, jetzt bin ich auf dem Feld. Ah, da bist du ja. Hallo. Ah, okay. Kannst du weiterkommen, komm mal. Da drüben. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen holzen. Oh, zu viel habe ich nämlich gar nicht mehr. Gut, ähm, was ich jetzt nachher mal ausprobieren. Ich glaube so eine Art Crock-Pot oder so etwas machen. So ein Koch-Dings. Mal schauen, ob ich das machen kann. Zuerst könnte ich eigentlich noch etwas Feuer machen. Gut. Komm jetzt. So willst du es nicht, oder? Gut. Also, und jetzt wenn ich... Wo ist das schon wieder, bei was? Science. Survival. Survival. Hm. Ist das eigentlich Stöckchen? Ich habe mega wenige Stöckchen. Drei. Drei, okay. Schon mal etwas. Ich weiss. Hey, wo war das denn mit dem Topf? Bist du am Essen? Ah, da. Stein. Ah, und Holzkohle braucht. Kannst du mal das eine Bäumchen da anzünden mit dem 40? Wie ist das? Ja, einfach das eine hier. Also, die noch da ist. Kannst du das noch machen? Hast du Geld? Dann wird es nämlich zu Kohlen. Ja. Ich habe mir ein Röckchen gebastelt. Oh, ja. Oh, scheiße. Ich muss jetzt hungern. Ähm. Und dann... Gibt es also richtig? Ich bin am Roboter. Kannst du ja... Ich muss doch mal noch eine Beere kochen. Oh, du bähnst. Oh! Hoppla. Gummiharr bringt. Nein, gar nicht. So, essen, essen, essen. Jetzt ist gut. Garrett. Ich muss mir das Essen suchen. Okay. Ähm. Es hat noch zwei ungeruchte Röbeln in der Kiste drin. Wie viele brauche ich jetzt dafür? Ich brauche äh... Was war das? Krogpot. Drei Steine, sechs Kohlen und sechs Steckchen. Okay. Was brauche ich? Ähm... Steckchen... Steckchen und Kohlen. Äh... Ich mache sie. So, jetzt schnell die aufnehmen. Jetzt können wir noch eine Schweufel machen. Hier gibt es nichts zu machen. So, sehr schön. Ich gehe mal ein paar Bäume, also so Saplings und so aus. Dings mit dem, mit der Schaufel. Da können wir die ein wenig um die Beise rum. Um die Beise rum aufstellen. So sehe ich die bösen Geister. Hast du... Hast du die Dings runtergegangen? Ich... Ich sehe die ganze Dumme kommen. Deine Gesundheit. Also Dings Gesundheit. Also Dings... Die Dings ist auf 56. Die Dings ist auf 85. Also Dings... Ja, ich glaube es fährt ja in den Moment einfach ein wenig an damit. Also... Ja, wie bringe ich das Dings und das Herz zu? Wie? Die Dings und das Herz, wie bringe ich das zu? Das Herz mit... Ich glaube mit Dings, mit Blümchen essen, aber auch mit anderem. Ich glaube einfach generell, wenn gut Eis ist. Ähm... Berry bush plant. So. Gut. Jetzt wollen wir da mal unsere Beise ausbauen. Vielleicht können wir nachher auch irgendwie... An Büffeln haben wir noch keine gefunden. Da können wir gar keine Farm machen. Shit. Ich rette auf. Ich rette auf. Oh, da ist er schon hinten in die See. Was kommt da mal dazu? Was kommt da drinnen? Was kommt da drinnen? Was kommt da drinnen? Was ist das da? Dirt Pile. Was ist das da? Dirt Pile. Es war eins auf der... Ah, da hat's mega... jede Menge Stöcke. Das ist doch perfekt. Ah, hast du gerade das Feuer gemacht? Ich weiss aber nicht wieso, weil wir das Feuer gar nicht in der Hand haben. Dann weiss ich auch nicht. Ist nicht schlecht, kann ich gerade brauchen. Ich probiere jetzt nur ein Hals, kann man da nicht jagen. Kannst du die Ballen setzen? Oder ich kann sonst die Ballen dabei. Ähm... Axtjob. Wo ist dieser Hals? Gerade hier oben bei mir. Ah ja. Mal schauen, ob ich das zu schaffen. Ist recht nahe bei seinem Bau. Ah. Check. Yes. Auch einer. Kann man essen? Ja, kann man rauchen. Ja. Mein Magen geht immer weiter runter. Mhm. Oh nein, nicht der Magen. Das... Ich habe schon wieder zu wenig Platz. Oh, jetzt noch ein Büschchen. Okay. Ja, vielleicht kann man auch die Beerebüsche setzen. Das kann auch noch helfen. Hier hat es noch ein Ding. Ah, Rüstung hast du schon. Kann ich schon. Ja. Ja, gut. Hey, wo? So. Was wird der Bubin? Oh, jetzt wird die Klavier nicht mehr schreiben, wenn es dunkel wird. Nein, nein. Ähm. Wie viel Kohle hätte ich gebraucht? Kannst du noch... Vielleicht den Baum da noch schnell anzünden? Das wäre super. Dann könnte ich nämlich nachher das Ding machen. Ähm. Und zwar bei... Ja. Ah nein, ich brauche 6. Ach, ja genau. Ja, es reicht. Es reicht. Es kommt eh alles an. Wir müssen schauen, dass nicht unsere Kiste noch... ...verbrennen. Blint. Oh oh. Du kommst immer näher. Oh oh. Das ist natürlich schlecht. Ähm. Okay, also. Ähm. Ich kann jetzt ein Ding beim Bauen bauen. Crock-Bot. Jetzt brauche ich die Stein noch. Stein. Das soll gerade lang, hoffentlich. 45. Ich bin jetzt. Hm. Schlecht. Okay. Jetzt machen wir das Töpfchen doch. Okay. Und jetzt sollte man eigentlich können... ...Dings drin machen. Weisst du irgendeine Beere oder etwas? Nichts. Seid es vielleicht gar nicht. Gar nichts. Weil... Ja. Nur Dings drin schmeissen. Das nützt eben nichts. Man braucht irgendwie noch Beere oder Röbeln oder irgendetwas, was man dazu tun kann. Sonst... Ja. Ist nicht so super. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr allzu fit. Beere gefunden. Was? Hast du Beere gefunden? Sehr schön. Was? Wo? Du hast doch gesagt, du brauchst Beere, nicht? Ja, ja. Also, die kannst du nachher in den Töpfchen schmeissen. Aber da hat es sehr viel Hasen. Aber die haben miteinander gekocht. Ja, es sind sehr viele... Ah, da hat es ja auch. Es sind sehr viele Hasen-Dings. Hasenbauten. Aber... Ich weiss nicht genau, ob ich die alle rüberkommt. Komm jetzt. Ah, der ist verschwunden. Seid zu viel... Nein, sie geht es ja nicht. Ist meine Dings... Ah nein, da ist gefallen. Geh weg. So, jetzt Hasenbauten, komm. Komm zu deinem Boot zurück. Yes. Noch einer. Es braucht immer noch eine neue Falle. Es war zwei. So. So. Nein. Ich schaffe. Es ist wirklich schwierig in diesen Fallen. Am besten kannst du auch einen Fallen bauen. Dann können wir hier ein bisschen Häschen jagen. Nein. Gut. Ich brauche noch einmal eine. Ich brauche mehr Gras dafür. Und jetzt ein Frosch. Frosch sind auch gefährlich, gell? Ja. Jaline? Hast du gemütet? Nein, nein. Ich frage. Ich weiss es nicht. Nein. Oh ja. Oh ja, doch, oder? Oh, ja nein. In diesem Fall greift es doch an. Ähm... Hast du noch Beere oder irgendetwas? Nice. Am besten findest du heraus welcher Bau es zum Has gehört. Welcher Bau es zum Has gehört. Und dann stellst du es vor der Has her. Okay, jetzt zickelt er genau rein. Genau. Stopp. Hey, ich brauche unbedingt etwas zu essen. Also können wir irgendwie mit deinen Beeren irgendwie schnell zurück oder so? Dann können wir auch mit... Ah, sie sind nicht mehr. Ah, shit. Oh Mist. Ähm, das ist kein doof. Was ist denn da? Es ist ein Stein. Es wäre aber gut, wenn wir jetzt Nahrungsmittel die Sachen miteinander... ähm... zusammen tut. Das ist noch was. Die Sachen miteinander zusammen mischt und kocht und dann ist es nämlich besser. Jetzt wird es nämlich besser. Ähm... Echt vielleicht... Was könnte man noch? Dann kochen. Ich weiss jetzt eben nicht, was man da rein tun kann. Ja. Das geht gar nicht. Ich habe da etwas am Baden zu tun. Was weiß es, oder? Ja... Ja... Ja, shit. Also man braucht irgendwie mehr Nahrungsmittel, damit man überhaupt etwas könnte. Ja, sollen wir mal weiter nach unten gehen? Ja, das wäre vielleicht so. Ja, das wäre vielleicht so. Ja, das wäre vielleicht so.